Nein, 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 nein.... Ein weitererARRY! Wir sind wieder da! Mit f1lfps, f1lfps, 8fp. Aber das wär ja immer besser. Und jetzt haben wir wieder 50. Das wär cool! Eins fp. jetzt nie die holz das ist ja voll awesome irgendeine amerikanische also haben wir so in youtube ein bisschen rumglöckte ja youtube an so einem neuen center deine röhre da dann ich mich mal so rumglöckte und daher hat so hättest du halt auf englisch ganz wahrscheinlich verstanden aber so viele verstanden hat er gesagt ich wurde ich habe ein video gemacht ich habe einmal mein kopf gespielt mit fünf fps und jetzt kann ich mein kopf spielen mit 1000 fps ja ich habe als fans so klein macht dass ich das bild fast nicht mehr kennt aber frappe ich hätte mir trotzdem noch fps anzeigt ich habe mal genau anlaufen dass ich 4000 gestanden der alte ich weiß nicht über den bildschirm überhaupt so licht tüpfel überhaupt so viel mal absenden ja so was habe ich will wie mache ich das dach also erstmal brauche ich das essen und dann gehe ich in eine mine nein nicht stein und jedes mal stirbe ich nicht so wie letzte woche oder die hülle mine ja darf ich ein bisschen essen vor dir darf ich die zwei spinnenaugen oh ja spinnenaugen aber behalte noch eins für jocke ist ja okay satt wird auch und dann nicht das ist eine scheisse idee gesehen zu meinem haus und ich kann es ja auch gerade sehen wie es nicht ich habe ein halbes herzlein wei hättest lust mit du musst facklen oder wie ja ja wo ist die warte in meinem haus auf dem wasser ja ich sehe dich nicht ja aber ich bin im haus haa du bist innen drinnen ich dachte du machst eine glaskuppel das mache ich auch aber das ist nur so eine vorskizze wo musst du dich eingehen ach oben nein wirklich nicht nein kein spaß ich möchte es gerade an alle aufbauen siehst du hehehe ja gut ähm da hast du da hast du ich habe mal gedankt ich mache es einfach mal dass wir nicht nur das Let's Play zu geben haben mache ich noch eine Let's Play Hardcore Let's Play Hardcore Let's Play Hardcore mal schauen wie viele Sekunden wir überleben ich weiss nicht ich habe es mir gespielt ich habe so zwei Tage überlebt also ich meine so zwei Nacht irgendwie in der neuen Version 1.0 äh 2.0 äh 2.0 heisst es ähm dort habe ich gehört dass es sollte so eine super hast Mode gehen wenn dort irgendwie zu lange stehen bleibst dann ähm dann ähm nein es stehen überall Blitze überall kommen Zombies mit Diamantrüstigung und destillierte Creeper keine Ahnung wie so ich vergesse immer den Namen das sind doch die Creeper mit dem grünen äh äh mit dem blauen äh beyond äh Was hab ich noch wollen? Ich hab noch... Halt! Nein, ich geh heute auf die Zombie-Jagd, damit ich jetzt Essen kann! Ja, ok, kannst du mir das mitbringen, weil ich hab nicht so gut überstanden. Ähm... Max? Aua! Alter! Kannst du mich an 8 Kohle geben? Kohle muss ich erst machen. Ähm, 8 Stück? Ja. Und kannst du das so verbrennen? Ähm, was? Du bist weg! Ähm, Glas, mach mal. Also, geh erst mal zu ihnen. Aja, du... Ich bin eine Spinne! Danke. Ähm, jetzt muss ich nur noch ein bisschen Kohle... Chido, du... Ähm, wäschest Chido die Glas kaputt? Nein, ich bin im Bett! Dann mach... Oh... Ich hab noch ein Glas... Hier, Hanne... Ja... Ja... Gange... ähm... Gernmal schnelle aus... Dann dauernmal schnell los... ähm... Schlochen. Geh aus... Roman! Äh, doch! Schlafweben! Ja! Schlafweben! Ja! Wo schläfst du schon? Ähm... Ja, ich werde dich noch kurz abholen, okay? Ja, ich muss jetzt... Ich will es machen... Ich sag dir dann, wenn ich Cola habe und etc. Was brauchst du eigentlich genauer? Ich brauch... Ich brauch nur ein Glas. Maxi, hast du für mich eine Spitzhacki? Max? Ja? Hast du für mich eine Spitzhacki? Was für eine? Warte mal kurz... Warte mal... Es legt gerade übelst. Warte schnell. Ja. Ah scheisse, bei mir ist jetzt alles abgeschüttet. Maxi, bei mir ist jetzt gerade alles stehen geblieben. Da habe ich kurz eine Aufnahme beendet. Und dann habe ich beim iPod anstatt Anhalten Abbrechen gedruckt. Und jetzt weiss ich nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ja geil, das sehen wir dann. Was ist... Ich schätze sieben Minuten. Kann das sein? Ja, was hast du gesagt? Ich habe es einfach nochmal auf drei Minuten eingestellt. Ich habe neun Knochen mehr. Ja, kannst du mal einen PC geben? Du kannst mich abholen. Okay, nein, gut, doch schon. Knochen. Ich habe mich noch nicht noch. Was? Ich habe noch ein paar Knochen. Nein, nein, gut, schon. Ich muss auch ein bisschen jetzt mich beeilen. So, jetzt mache ich das Spinnensporne. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Ach, komm. Oh, nein, ey. Nein. Ich mache das Spinnensporne jetzt so etwas vom Platz des letzten Lebens. Also, ich glaube, in meinem Haus wird es jetzt immer tropfen. Ich mache zwei hohe Glasdecke. Mach ich auch. Wie machen? Hm, wahrscheinlich Glas, Glas, Glas. Ich muss jetzt noch Kohle machen. Wenn du Kohle willst von mir, dann entweder fahre mir selber irgendwo oder bring mir Holz. Ich will mich einfach, dass du, du weisst schon was, mein Glas machst. Ja, ich muss eben auch noch erst Kohle machen für Glas. Erinnere mich voll an die Siegler 7. Oder online. Ach, voll geil. Nein, online. Ich möchte diese scheiss Spinne kaputt machen. Ich kille diese scheiss Pennospinnen der Hunde. Hat vielleicht noch eine Fackel mitgenommen? Wo hat es eigentlich gesehen? Hier liegt es. Hey, du hast doch liegt. Wo ist denn du Fackeln? Ja, mir glaube ich damit, wenn ich fertig bin, Anna. Hä? Bin ich blöd, oder? Vielleicht auch mit meinem Guss helfen. Ähm, ich muss eben auch noch die Farbe machen. Ich muss... Ich sollte noch hier ein bisschen... Ja, verpisset euch. Ich schwöre, jetzt bin ich. Jo, ich helfe dir auch irgendwann. Ich helfe dir ja im Moment gerade, indem ich dir Fackeln mache. Ich kenne euch. Ich kenne euch. Ich will gleich mit meinen Kuppeln. Haha. Nein, diesmal nicht. Was ist? Nein, wo ist die Farbe? Hallo? Was ist? Tino? Fuck. Nein, diesmal nicht. Jetzt verschwinde doch aber ganz schnell. Nein. Nein, nein! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Scheiße! No, wo bist du gestorben? Es ist Zeit wieder um, bis nächste Woche und ich höre wieder eins.